Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Elbib Bestwin. In der letzten Folge haben wir einen Hinweis auf Ak-An-Far bekommen. Dort könnten Heretiker sein. Vielleicht treffen wir dort Eishands. Ak-A-Far? Hm. Der Ort, an dem du gegen Shiba gekämpft hast? Wenn wir uns auf herkömmlichem Wege dorthin begeben, steht uns ein beschwerlicher Marsch durch tiefen Schnee bevor. Das wäre gefährlich, vor allem aber würde es Zeit kosten. Zeit, die wir nicht haben. Am besten wäre es, wenn wir wie bei dem Kampf gegen Shiba den Ätheriten im Schneekleid benutzen. Die Tempelritter haben die Tunnel ausgiebig untersucht und auch eine Verbindung ins westliche Hochland entdeckt. Wenn wir unser Anliegen vorbringen, lässt es uns vielleicht passieren. Soweit ich weiß, bewachen die Durandère den Zugang von der Westseite. Fragen kostet nichts. So, dann geht es wieder rauf. Und ich weiß noch, dass ich mich da habe verwirren lassen und zuerst mal in die alten Gebiete zum Schneekleid bin, um zu sehen, da ist ja gar nichts. Denn wir gehen nun von der anderen Seite auf die große Wand zu. Muss ich nur kurz schauen, was die Karte sagt. Ah ja, genau. Ja, das ist jetzt natürlich witzig, denn ich muss genau dahin, wo ich in der letzten Folge versehentlich runtergefahren bin. Hätte ich mir auch sparen können. Hätte ich mir auch sparen können. Südwestse. Okay, das wird dann da hinten irgendwo sein. Das machen wir dann mal anders mit der nächsten Wind-Äther-Quelle. So, hier ist wieder die Brücke. Und muss ich schauen, wie man da am besten wieder runterkommt. Ist es sicher, da runter zu springen? Oder ist... Ah ne, das sind Mobs. Und da gehe ich nicht. Ah, da hinten muss es irgendwo runtergehen. Auf der anderen Seite der Brücke. Tja, da wäre es schön, jetzt schon fliegen zu können. Aber, nun ja. Ah, hier. Hier, hier geht's. So. Oh. So. Sicherlich nicht der Weg, den es eh im Sinn hatte. Aber egal. Ah, ok. So. Sicherlich nicht der Weg, den es eh im Sinn hatte. So. 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 Also da hinten müssen wir hin. So. 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 Da lauter bin ich und Brzeile zuvor klären. So. 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 Oh. So. So. Wir sollten uns nicht unvorbereitet in die Tunnel begeben. Shiva mag besiegt sein, aber noch immer streunen wilde Tiere umher. Von wehgelagern an Heretikern ganz zu schweigen. Entschuldigung, ich habe vor eben den einen Text zu schnell weggeklickt, aber wird schon nichts Wichtiges gewesen sein. Dies ist also Aghafa. Beeindruckend. In welcher Epoche mag es wohl erbaut worden sein? Ich fürchte, wir müssen deine Besichtigungstour kurz unterbrechen. Unsere Gastgeber scheinen nicht besonders gut gelaunt zu sein. Ihr wagt es, Shivas heilige Städte abermals zu besudeln? Dafür würdet ihr büßen, edle, elende Frevler. Haltet ein, wir kommen in friedlicher Absicht. Wir suchen ein Gespräch mit eurer Anführerin. Deine Lügen kannst du dir sparen, Junge. Wer mit dem Azur Drachenreiter zusammenarbeitet, kann nichts Gutes im Schilde führen. Was haben die Leute nur immer gegen mich? Ich wünschte, wir hätten das vermeiden können. Auf Sie, Kameraden! Die schwingende Drachen werden uns zum Sieg tragen. Oh Gott. Da machen wir die mal schnell kurz und klein. So, da kommen ja noch neue. Ich denke, Azinian kann gut auf sich auch etwas. Oh, sie haben sich in Drachen verwandelt. Oh, Drachenblut. Jetzt wird es interessant. Das ist also die Kraft von Drachenblut erschreckend. Oh Gott. Ah, mal schnell den Traumaturg. Aus dem Weg geräumt mir vor, dass er sich auch in Drachen verwandelt. Oh, das ist ja mal ein großer Drachen. Den sich da eigenär von der Bluthorde verwandelt hat. Aber Azinian schafft das schon. Wie viele da kommen denn jetzt noch? Aber es hat sich direkt nicht zu tief. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es ist ja dauerndann. Es ist ja dauernd wie sein. Es ist ja dauernd wie sie im Hintergrund. Es ist ja dauernd wie eine Elbe dann zu threatened. Oh Gott. Oh Gott. So, verwandt er sich nicht in den Drachen. Ah, natürlich verwandt er sich in den Drachen. Ah, ja, ja, ja. Jetzt aber geschafft. Ja. Verflucht. Sie müssen mit dem Mohnen im Bunde stehen. So haben wir keine Chance. Ak-Affar ist verloren. Wir ziehen uns zum Aschennest zurück. Keine Spur von Eisherz. Ich hatte gehofft, man würde uns wenigstens ihren Aufenthaltsort verraten. Aber dieser Fanatiker kennt anscheinend nur eine Sprache. Kampf. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als dieses Aschennest aufzusuchen. Auch auf die Gefahr hin, dass es eine Falle ist. Ich habe noch nie etwas von diesem Ort gehört. Wo mag das sein? Höchstwahrscheinlich meinen sie den träumenden Drachen. Eine Insel auf dem geforschenen Aschepfuhl. Ein uralter Drache ruht unter ihr. Er wurde vor 500 Jahren vom amtierenden Azur-Drachenreiter in einem erbitterten Kampf verwundet und dann von Magiern der Kurier mit einem Schlafzauber belegt. Auf den Leib des Drachen regnete Asche-Himna, die ihn irgendwann völlig bedeckte und eine Insel formte. Das klingt in der Tat nach Aschennest. Also gut, lass uns ins westliche Hochland zurückkehren und die Insel aufsuchen. Der träumende Drache befindet sich am äußeren Rand des westlichen Hochlands. Auf dem Weg dorthin würde ich aber gerne noch woanders vorbeischauen. Es gibt eine Einheit von Tempelrittern, die ihre Zelte am Urteilsfels in der Nähe der Zwillingsteiche aufgeschlagen hat. Ihr Anführer heißt Chantelot. Sein Trupp, Phineas Vollstrecker, hat sich zum Ziel gesetzt, so viele Drachen wie möglich zu erschlagen und dadurch seinen Ruhm zu mehren. Womöglich weiß man dort etwas über unsere Heretiker-Freunde. Falls wir tatsächlich in eine Falle laufen, sollten wir wissen, worauf wir uns einlassen. Das klingt einleuchtend. Curtis ist Istiniens Heimat. Lass uns seinen Rat befolgen. Okay. Das ist dann... Ah ja, genau. Da, wo ich dachte. Und das könnte auch der Ort des nächsten Wind-Äther-Quelles sein. Und das könnte auch der Ort des nächsten Wind-Äther-Quelles sein. Oh, hier ist eine Wind-Äther-Quelles. Wenn wir da schon klar dann vorbeirennen und raufen, dann nehmen wir die doch gleich mal mit. Und dann sind wir hier auch bei Jean-Telon. Na nun, neue Anwärter auf einen Platz an der Front. Das stattliche Mädel hier sieht aus, als könnte es der Drachenbrot einen feurigen Tanz liefern. Aber bei dir, Junge, habe ich meine Zweifel. Du bist hinüber, bevor der Lindwurm hustet. Wie bitte? Na, 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 wer wird denn gleich ausfallen werden? Ich gebe es dir zu. Der Kleine sieht aus, als Tauge er höchstens als Drachen-Zahnstocher. Aber gegen die Heretiker hat er sich ganz gut geschlagen. Aha. Und das sagt... Die Lanze und Rüstung des Azurdrachenreiters. Wenn du für ihn bürgst, habe ich nichts gesagt. Gestatten, Jean-Telon, Anführer von Phineas Vollstreckern. Wir sind die Lanze im Nacken des Drachen. Sprecht. Was verschlägt euch an einem gefahrvollen Ort wie diesem? Er jagt Eisherz und ihre Männer? Schön und gut, nur... Ich fürchte, sie sind hier nicht vorbeigekommen. Zumindest habe ich sie nicht gesehen. Aber vielleicht ja einer meiner Männer. Ihr könnt euch gerne umhören. Fühlt euch wie zu Hause. Vielen Dank, das werden wir tun. Ästinien, Erlwip, wir teilen uns auf. So, und jetzt gibt es hier auch wieder schöne Quests mit Blau. Unter anderem bei Jean-Telon. Also nehmen wir doch das gleich erstmal an. Unsere Liebe für die Drachenjagd nennst du also Besessenheit? Du magst vielleicht viele Teile der Welt kennen, aber diesen hier kennst du nicht. Warum versuchst du dich nicht einmal selbst an der Jagd? Und ich weiß auch schon genau das Richtige für dich. Schlafsande. Erschlage drei davon und du wirst uns etwas besser verstehen. Oh, die haben wir doch gleich hier in der Gegend. Und da oben ist eine Wind-Äther-Quelle. Sehr schön. So denke ich mal kurz außenrum. Mit dem Ei geht's schneller. Komm ich da rauf? Nein. Da muss ich mich... Naja, machen wir erstmal diese Schlafsante. Das war jetzt das Falsche, was ich aktiviert habe. Das war jetzt das Falsche, was ich aktiviert habe. Okay, und den nächsten Schlafsamt. So, noch einer hier. Aber da unten habe ich jetzt schon einen gesehen. So, bitte sehr. Okay, dann schauen wir mal hier rauf. Da müsst ihr dann irgendwie... zur Wind-Äther-Quelle gehen, vermute ich mal. Ah, hier auch. So, dann wäre die Quest schon mal wieder geschafft. Und, hallo Chantelot. Du hast tatsächlich schon drei Schlafsande erschlagen. Mein Respekt. Das hat dich bestimmt viel Schweiß und Blut gekostet, was? Nicht? Ähm, aber natürlich nicht. Schließlich sind Schlafsande, der ja auch kein Drachen. Aber ich wollte dich nicht überfordern. Das ist dir doch klar, oder? Schlafsande sind selbst für frische Rekruten keine große Herausforderung. Wir schreben nach Ruhm und Ehre im Kampf gegen die größten und stärksten Exemplare der mächtigsten Drachenarten. Okay, nächste Wind-Äther-Quelle. Äh, wie sieht's denn aus? Was haben wir denn schon alles? Ah, nur noch drei zum holen. Eine gibt... Äh, okay. Jawohl. Die eine Quest weiß ich auswendig. Die letzte gibt's überdings. Das bedeutet, eine Quest... Okay. Ja, wir sind ja schon relativ weit. Äh... Nein, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Die mach ich jetzt mal noch nicht. Reden wir erstmal mit Alfino. Wir sollten uns bei den Leuten hier umhören. Versuche etwas über Eisherz oder die Heretiker in Erfahrung zu bringen. Heretiker? Ne, hab ich nichts von gesehen. Wäre mir bestimmt aufgefallen. Tut mir leid. Du suchst nach Heretikern? Da muss ich dich leider enttäuschen. Hier sind keine vorbeigekommen. Interessiert mich auch nicht. Wenn's ein fetter Drache wäre, dann schon eher. Hab schon ganz steifen Nacken vom ständigen Ausschau-Absuchen des Himmels. Das Kleinvieh hier unten ist mir nämlich ne Nummer zu Hansam. Herr Heretiker, lass mich in Ruhe mit denen. Hab alle Hände voll zu tun, die Idioten hier zu verpflegen und ihnen hinterher zu räumen. Was also außerhalb des Lagers passiert, krieg ich nicht mit. Frag mal... Pieric... Cat. Der sieht aus, als hätte er die Ruhe weg. Was willst du von mir? Nee, Heretiker hab ich noch nie getroffen. Aber eventuell weiß ich, wie man's kann. Ist das so? Dann sag es uns. Was sind für jeden... Wir sind für jeden Hinweis dankbar. Kommt bloß nicht auf die Idee, ich hätte Fahnenflucht im Sinn oder so. Ist das klar? Ich bin rundum zufrieden. Hab schon unter Chantelos altem Herrn in dieser Truppe gedient. Hier war man immer gut zu mir. Kann mich wirklich nicht beklagen. Aber es gibt auch ein paar, die nicht ganz freiwillig hier sind. Arme Schlucker, die man zum Kampf gegen die Drachen verdonnert hat. Ihnen stinkt der gefährliche Job gewaltig. Man hört sie ständig maulen. Ein gefundenes Fressen für die Heretiker, die versuchen, sie abzuwerben. Versprechen ihnen Freiheit und Gold und so. Durchaus mit Erfolg, wie es scheint. Eisherz-Trupp ist in letzter Zeit merklich gewachsen. Also, ich hab das von ein paar Überläufern gehört. Wer sich den Heretikern anschließen will, soll im westlichen Hochland violetten Rauch aufsteigen lassen. Ein Rauchsignal? Warum nicht? Wenn sich die feigen Ketzer von alleine nicht zeigen, dann rufen wir sie eben. Okay. Muss ich nochmal schauen. Genau. Die Quest mache ich noch. Die andere kommt am Schluss. Das hat einen bestimmten Grund, den werdet ihr dann schon sehen. Du fragst mich, ob es hier Arbeit gibt? Ja, reichlich. Und von der blutigen Sorte, das kann ich dir sagen. Bestimmt ist dir auf deinem Weg hierher aufgefallen, dass wir uns nicht nur mit Drachen herumschlagen müssen. Am schlimmsten sind wohl diese unverfrorenen Eisbären. Mit ihrer guten Nase können sie die Vorräte meilenweit riechen und plündern unsere Nahrungsspeicher. Es wäre großartig, wenn du uns wenigstens ein paar davon vom Hals schaffen könntest. Vier weniger von den Bestien und unsere Vorräte sollten wieder einigermaßen sicher sein. Natürlich erwartet dich auch eine angemessene Belohnung. Okay, dann mal auf zu den Drachen. Aber die sind ja gleich hier vor der Haustür. Okay, dann mal auf zu den Drachen. Und der nächste Drache, bitteschön. Okay, dann mal auf zu den Drachen. und davon sind es noch einer und da hinten der vierte dann haben wir das auch geschafft auch zu mir und zurück zu wer hätte das gedacht auf dich kann man sich weit mehr verlassen als auf diese adeligen maulhelden alles was die im sinn haben ist rachen zu erschlagen das ist ja schön und gut aber wenn sich nicht auch jemand um die eisbären kümmert fressen sie noch unsere ganzen vorräte auf ich war ja zunächst bei dir nicht ganz sicher aber von so jemanden können sich hier alle noch eine scheibe abschneiden hier das sollte dich für deine mühe entschädigen was will ich denn und wieder eine winter quelle mehr und wie es weitergeht das erfahrt ihr in der nächsten folge bis dahin macht's gut und 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 und